So, ich habe jetzt zwei Tage Ostsehen, denn Teamtage waren das. Das war Sonne, das war Strand, das war, äh, was hatten wir noch? Klettern, war total geiler Scheiß, fachlicher Austausch. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt heißt es wieder Satisfactory. Also in 3, 2, 1 geht's los, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir stehen gerade, äh, ja, bei meinen Kohlegeneratoren, die ich nochmal extra hochgezogen hatte. Und ich hatte zwischendurch ein bisschen Langeweile und der gute Yoshi war auch da. Und dann haben wir ein bisschen Brücke gebaut. Also ich habe die Brücke gebaut und Yoshi hat da hinten diese Rampe gebaut. Und die könnten wir uns heute eigentlich mal ein bisschen angucken, bevor wir dann wieder weiter zu den schweren modularen Rahmen düsen. Ne, und das hier soll so ein bisschen die Strecke werden für unseren Zug auch. Ne, den wir hier aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen irgendwann vielleicht mal langschicken könnten. Und ihr seht, die Brücke ist echt fege groß geworden. Die ist massiv überdimensioniert wahrscheinlich, aber das ist total egal. Ne, ähm, ich bin mir tatsächlich hier bei diesen Seitenteilen, noch nicht ganz sicher, die sehen cool aus, wo man auf der Brücke steht. Aber lassen sie halt doch sehr, sehr wuchtig wirken, wenn man von da hinten guckt, wo wir gerade eben standen. Und sie ist halt schon echt groß. Ich glaube insgesamt habe ich hierfür wieder fünf oder sechs Container voll Materialien verballert. Ne, also es geht halt wirklich bis da runter auch. Oh, ist ja noch ein ganzes Ende. Ne, ich habe beidseitig Rampen, einmal da hinten, um da oben auf dem Plateau rauf zu kommen. Und hier führen jeweils links und rechts dann Rampen rauf und runter. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob die Züge das nachher auch irgendwie schaffen. Aber ich würde einfach mal sagen, ja, wird schon werden. Ne, und ja, ich hatte hier oben mit dem Teil angefangen, als Yoshi da hinten den Kram gebaut hat. Und da fleißig war, bevor er in den Urlaub gedüst ist, tatsächlich, äh, Arbeitsurlaub, der kann mir viel erzählen. Naja, auf jeden Fall hat er hier die Rampe zu Hell's Gate gebaut und das ist mein neues Nebenlager. Tatsächlich finde ich, ist auch sehr schick geworden. Ne, hier laufen fleißig die Waren nebenbei. Ich habe die, zeige ich euch nachher noch. Ähm, bei, genau, bei der Hauptrohstoffader habe ich die abgezweigt. Einfach. Nur haben wir uns Splitter hingesetzt und jetzt geht die Hälfte hierher und die andere Hälfte geht halt zum alten Nebenlager. Sodass man hier theoretisch auch mehr als genug Waren nachher zur Verfügung hat, um weiter auszubauen. Es ist, optisch gefällt es mir mittlerweile viel, viel besser, weil es einfach minimalistischer ist, als das erste Nebenlager. Das habe ich mittlerweile so verbaut, dass mir das selber nicht mehr so gut gefällt. Aber das hier ist echt schön, angenehm, wuchtig mit dem kleinen Nebenteil, wo dann die Ressourcen reinkommen, die man nicht so häufig braucht, wie, äh, modulare Rahmen, Rotoren, Motoren und so weiter. Ne, hier ist auch nicht alles drin, was es so gibt, aber hier ist schon, also, die wichtigsten Sachen sind eigentlich da. Ne, alles was man zum Bauen braucht. Und das dürfte mittlerweile, weil das irgendwie eine Zeit lang einfach so vor sich hin lief, auch wieder recht voll sein. Oh ne, hier fehlt noch eine Menge. Naja, hier einen Haufen Schrott, den wir noch haben, den nehmen wir gleich mal mit. Können wir sortieren. Naja, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal auf. Ne, also die Rampe ist halt echt cool, die fängt hier hinten übrigens an. Also ziemlich, also die Idee fand ich cool, dass ich halt das Konzept für meine Brücke übernommen habe. Ne, also dieser Aufbau, den habe ich eigentlich geklaut. Ob hier ein Zug hochkommt, weiß ich nicht. Ne, also hier ist tatsächlich sehr eng. Hier hätte ich meine Zweifel. Aber da gucken wir, wenn es soweit ist, ne? Hier ging es dann halt hoch nach Hell's Gate. Ziemlich echt jetzt. Ne, 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 ne. So jammer nicht, mein Fräulein. Na gut. So. Die holen wir da gleich mal weg. Das kann ja nicht angehen. Ich habe genug Kisten hier rumstehen. Die brauchen hier auch noch welche in der Luft hier hinten rumhängen. Schlimm genug, dass es in meiner Hauptbasis so ist. Hier sind auch noch so viel Beton. Und der 32, meine Fresse. Oh, ohne Schaden gefallen. Sehr schön. Naja. Ne, auf jeden Fall haben wir hier oben ganz viel betoniert. Der gute Yoshi und ich. Und ja, ich finde, das ist ganz schick geworden. Ne, es ist auch viel Platz hier oben noch. Ne, also es ist nicht so vollgestellt und voll gebaut. Und es steht hier einfach so richtig cool in der Natur. Das gefällt mir so ultra gut. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier ankomme. Ne, und dann halt dieser Blick auf die Brücke, die ist halt auch echt. Also ich finde sie schick. Sie ist noch nicht fertig. Ich werde die nebenbei immer noch so ein bisschen weiter bauen. Ne, gucken, wie ich das mit der Verzierung mache. Aber so erstmal gefällt mir das eigentlich alles ganz gut. Ähm, jetzt laufe ich. Äh, was ich hier noch machen will. Ich will hier irgendwann eine Rampe am Berg lang bauen. Ne, wo denn auch Zug drauf fahren könnte im Zweifelsfall. Ne, hier unten sind wir dann. Tatsächlich ganz unten bei den Kohlekraftwerken und bei den Minern. Hier fließt auch, ist auch der Zustrom. Ne, und da oben an der Bergflanke. Da will ich auch noch einen Weg lang bauen, so dass man quasi sich entscheiden kann, ob man da lang gehen will oder da lang. Und ein Zug muss vor allem nicht, äh, die gleiche Strecke zweimal fahren. Das finde ich ganz schön und cool. Und auch von hier unten, ne, das Ding ist halt schon gewaltig. Meine Fresse. Ist das gewaltig. Äh, gefällt mir aber auch von hier aus. Sehe ich gerade das erste Mal tatsächlich. Ich habe es mir von hier noch nie angeguckt. Ah, das ist schon ganz schön bombastisch. Ne, da muss ich irgendwas Cooles drüber donnern lassen, damit sich diese Größe überhaupt lohnt. Zack. Was hat mich hier jetzt angehört? Achso, du bist das. Ey, die gehen mir so auf den Zünder, ey. Rennen hier ständig durch meine Fundamente durch. Kann man nicht angehen. Naja, und ja, hier haben wir den steten Warenzustrom. Oben im Nebenlager ist natürlich auch, äh, ein Schredder drin. Ne, dafür war dieser rote Anbau vorne dran. Ne, da ist der Zugang, um nach oben zu kommen, falls dann mal irgendwann erweitert werden soll. Jetzt dreht der Hund schon wieder frei. Super gut. Ist ja nicht so, dass wir gerade irgendwie 5 Kilometer oder so über den Deich geballert sind. Aber egal. Die darf jetzt einfach einmal bellen. So, jetzt heißt es aber dann natürlich gleich, äh, Rohstoffe ein bisschen umpacken. Und gucken, wie es weitergeht. Oh, ich mag ja den Blick mittlerweile, ne. Voll industrialisiert. Meine Fresse. Ist das gut. Das gefällt mir alles so tierisch. Ich weiß, Eigenlop stinkt, aber... Ach, scheiße. Runtergefallen. Immer noch keinen Weg nach oben, ne. Über diese völlig sinnlose Brücke. So mein erstes Brückenkonzept. Gegen das andere sehr minimalistisch, wie ich finde. Aber es ist immer noch so, dass es mir gefällt. Von daher ist es okay. Und wir müssten hier... Na, ach, nicht ganz. Nehmen wir halt Nüsse mit. Zack. Wir müssen hier tatsächlich auch mal gucken, ob wir hier noch genug Eisen irgendwie drauf hätten. Um im Zweifelsfall, äh, Eide vielleicht Richtung der Dingsproduktion abzuführen. Aber die werden beide genutzt. Und werden beide auch ganz gut genutzt, glaube ich. So, hier haben wir Eisen. Hier haben wir dreimal Eisen? Ne, zweimal Eisen. Und die laufen auch. Hier haben wir Kohle. Die läuft dauerhaft ab. Hier haben wir Kohle, die fast steht. Und hier haben wir Zufluss. Hier hinten haben wir nichts drauf. Nur Kupfer. Da müssen wir nochmal gucken. Ne, wir brauchen ja... Wir haben ja grob durchgerechnet. Äh, vier volle Eisen Lanes. Also mit Mark-3-Bänden voller Eisen Lanes. Um irgendwie den ganzen Kram zum Laufen zu kriegen. Hier haben wir auch nochmal Eisen. Ich habe hier eins von nicht genutzt. Doch, die werden alle genutzt. Hier steht das weitestgehend drauf. Aber es wird gebraucht. Ne, da könnte ich vielleicht die Hälfte wegnehmen. Aber das führt halt auch nicht zu so viel. Hm. So, und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, was wir heute, äh, am Zug haben. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal mit den Eisenstangen fertig geworden. Fragezeichen. Oder Eisenplatten. Eins von beiden war es, ne. Ich habe hier, also nicht wundern, ich habe hier auf dem Nebenbildschirm einfach, äh, meine Bauliste drin. Was ich so alles brauche. Was ist denn? Alter, hier ist ja alles zugeschissen. Meine Güte. So, erstmal hier den ganzen Kram weg. Das kann ich irgendwann mal, ja, von wegen den ganzen Kram weg. Der Rest wird halt geschreddert. Aber nur das Grünzeug. Zack, zack. Kann eigentlich alles in Schredder. Überhalten wir nur das Holz. Und können damit dann irgendwann mal irgendwelche schönen Sachen machen. Hier, hoffe ich. Ist mir alles im Weg. So, sortieren wir einmal. Gucken grob drüber. Wir nehmen noch ein paar Eisenplatten mit. Ein paar Eisenstangen. Rotoren haben wir nicht mehr allzu viele. Ach, und hier oben haben wir ja noch, äh, den aktuellen Meilenstein. Den sollten wir jetzt vielleicht erstmal einmal fertig machen. Ja, das machen wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 100 Motoren machen wir noch dazu. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Komm auch mit rein. Und zweieinhalb Gummi, zweieinhalb Plastik. Die holen wir auch noch mal ran. Machen wir einfach nochmal eine kleine Reise. Ne, und gucken einfach nochmal drüber, was wir hier alles so schön ist mittlerweile gebaut haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon abliefern kann. Aber im Zweifelsfall müssen wir eh einmal in die MAM gucken. Da ist nämlich auch noch was fertig. Was ich ohne euch einfach nicht abschließen wollte. Und dann können wir vielleicht auch dann eine neue Festplatte reinpacken. Es ist ziemlich viel diesmal in der Folge. Kabel ist mir Wurst. Da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich es nehme. Das ist ganz cool. Aus Gummi und Eisenplatten. Schwere Eisenplatten. Dann sind nämlich, der ganze Schraubenscheiß ist dann weg. Das finde ich von der Sache her ziemlich cool. Und Platinen aus Petrokoks und Gummi. Weiß ich gar nicht. Ist das so geil? Also ich glaube, es ist nicht schlecht, weil man halt alles verwenden kann. Man wird so Abfälle im Zweifelsfall auch irgendwann ganz gut los. Und kriegt eigentlich aus einer Öllein ziemlich gut die Sachen für die Platine raus. Sonst bräuchte man Kupfer und Plastik. Ja gut. Ist aber auch nicht das Riesenproblem. Ich glaube, ich nehme lieber die geklebten Eisenplatten. Da wollte ich eh nochmal mehr von bauen. Und dann kann ich damit gleich mal anfangen. Neu Teile. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, wo wir die ganze Festplatten haben. Hier sind keine mehr. Sind hier noch welche? Wo sind denn hier diese Festplatten gelandet? Ich hatte doch noch viele. Habe ich die irgendwie unten in den Container gepackt? Man weiß es nicht. Verdammt noch eins. Na gut, wir packen hier erstmal ein bisschen was rein. Den ganzen Kabel einmal abliefern. und Motoren können auch noch backen. Dann holen wir jetzt noch Plastik und Gummi. Und laufen hier gleich einmal mit lang. Und was mir jetzt halt so auffällt, das Rezept hätte ich tatsächlich für die Dings echt gut brauchen können. Für die Großfabrik. Weil mir das tatsächlich die ganzen Schrauben scheiß hart abgenommen hätte. Das nervt mich gerade ein bisschen. Und ich hätte endlich, hätte auch gleich Verwendung fürs Gummi gehabt. Das wäre halt gut gewesen. So, dann haben wir hier schon mal Coupons. Haben wir hier auch Festplatten? Ne, Festplatten haben wir nicht. Ärgerlich. Wo auch immer die jetzt gelandet sind, niemand weiß es. Ich habe die garantiert irgendwo in irgendeinen Nebenbehälter geschmissen. Hier auch nochmal das Nebenlager. Das große, das mir mittlerweile nicht mehr zusagt. Das ist mittlerweile alles zu voll. Ich glaube, ich muss das nochmal wieder ein bisschen minimalistischer machen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die mache ich dann nebenbei. Ne, was haben wir hier noch rumliegen? Automatische Kabel. Kohle. Das ist auch schön. Kohle nehmen wir mal gleich mit. So. Aber wir wollen jetzt hinten zum Staudamm. Aber in einer Folge alle Großprojekte. Wie geil ist das denn? Und auch ganz witzig, wie die Farbe dazu kommt. Zack. FIC. FIC-IT. Auch in Gelb tatsächlich nicht ganz hässlich, aber gefällt mir in Weiß tatsächlich besser. Ich muss den irgendwann nochmal ummalen. Das ist doch eine Fleißaufgabe. Damit bist du so ewig bei. Ich hatte es halt für den Wettbewerb so gemacht, dass ich einfach die Standardfarbe editiert hatte. Beziehungsweise also die Standardfarbe auf Weiß gesetzt habe und dann war das okay für mich. Aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Ich hätte einfach... Warum habe ich die nicht genommen? Ich habe diese Scheißdings noch nicht umsonst gebaut. Wir haben so viel coolen Scheiß schon und ich benutze es einfach nicht. Das ist doch dumm. Aber auf dem Rückweg. Dann nehmen wir es auf jeden Fall. Und wir wollten den Damm ja eher mal sehen. Ne, die ganze Industrie soll sich ja irgendwann bis hier rüberziehen. Einfach nur, damit wir das Tal da schön voll haben. Halt, hier können wir weiter. Zack. Hier war halt hier rein. Habe ich hier schon Beschleuniger gebaut? Ne, hier habe ich den noch nicht. Scheiße. Ne, ich habe ja relativ viele von diesen Beschleunigerketten mittlerweile gebaut, wo man einfach Ausgang, Eingang, Ausgang, Eingang, Ausgang, Eingang hintereinander sitzt. Dann kriege ich mal einen echt heftigen Schub. Und hier haben wir auch noch unsere Eisenbahnlinie, die wir irgendwann lang führen sollen. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber eigentlich ist die Eisenbahn gar nicht mehr weg. Der Gudikai hat letztlich kürzlich mal meine Map ein bisschen Probe gespielt. Und der war, oh Gott, wie viele Stunden unterwegs? Ich glaube, sieben Stunden oder so. Und dann waren wir immer auf Stufe sieben. Also theoretisch könnten wir in sieben Folgen soweit sein. Aber ich habe ja immer irgendwelchen Scheiß im Kopf, den ich da immer irgendwie abarbeiten will. Die habe ich noch keine Beschleuniger gebaut. Was ist denn hier los? Hapert das so sehr? Oder ist das einfach noch so weit weg? Da hinten liegt eine Schnecke. Na komm, gib Gas. Ah, hier war einer. Und hier ist glaube ich auch einer. Plopp. Oh. Das war etwas weit. Ich glaube, da muss ich noch mal so einen Auffangpunkt bauen. So. Viel mehr Gummi, viel mehr Plastik. Das soll ja nicht das Problem. Was ist das eigentlich für ein ekelhaftes Licht hier? Ist ja abartig. Haben wir hier noch einen Container stehen? Da haben wir noch Container stehen. Da könnten auch noch Festplatten drin sein. So. Den Kram nehmen wir auf jeden Fall gleich mal mit. Da hat hier nichts mehr zu suchen. Schneckchen ist hier auch noch. Was haben wir hier drin stehen? Plastik. Äh. Achso, die habe ich darüber gestellt. Genau. So war der Schnack. Dann können wir hier erstmal Plastik mitnehmen. 200. Ich stelle gleich noch nebenan mal ein paar Container hin. Dann kann ich das gleich voll machen hier, oder? Ich werde bestimmt noch mehr davon brauchen. Und wir gucken aber noch einmal hier rein, ob wir hier die Festplatten haben. Keine Festplatten. Hier ist eine. Tada. Und nochmal Sprungstelzen. Und mehr sinnloser Kram. Mein Gott. Sortieren. Was können wir denn einmal hier lassen? Weil man es sowieso irgendwann mal brauchen könnte. Ich aber recht schnell wieder rankriege. Hier. Wir lassen Beton hier und dafür nehmen wir ein bisschen mehr Gummi mit. Wieso läuft hier eigentlich nichts? Was ist hier los? Wollte ich mich rollen? Wieso hast du keinen Strom? Na, warte. Scheiße. Jetzt lief der ganze Kram nicht. Ich meine, wir haben mittlerweile genug Strom. Das ist nicht das Problem. Und hier ist der der Schredder ist dran. Okay. Das ist schon mal was wert. Ach, die sind auch voll. Ja, das war wahrscheinlich das Problem, ne? Dass der Überschuss nicht wegkam, oder was? Ne. War einfach nur Strom nicht dran. Oh, da läuft es auch schon wieder. Herditsch. So, hier haben wir Plastik. Hier haben wir Gummi. Auch in ausreichender Menge. Wir haben noch ein paar Coupons da. Können wir mal gucken, wie viele Coupons haben wir eigentlich mittlerweile. Können wir schon Deco-Kram kaufen? 26. Naja, das geht ja noch. Das ist ja gar nicht mal so viel. Zack. Sind wir bei 48. Das ist ja schon mal ein Anfang. So. Dann können wir uns auch schon wieder auf den Rückweg machen. Und unsere industrielle Fertigung fertig machen. Mal kicken. Ab in die Röhre und dann schauen wir mal, wie viel schneller wir auf dem Weg sind. Wahrscheinlich wesentlich, wesentlich schneller. Wie viel Zeit haben wir jetzt schon rum? Zack. 17 Minuten verballert. Und hier seht ihr mal. Also, bäh. Man kriegt halt echt schnell Schwung mit diesen Teilen. Und wenn man die so ein bisschen hier drin verstecken kann, ist das gar nicht mal schlecht. Die Sache ist, man muss halt nach jeder Steigerung so ein Teil bauen. Sonst macht das wenig Sinn. Weil man da halt so massiv verlangsamt wird. Das wird man hinten bei dieser Kreiselsstrecke wird man das auch nochmal sehen. Alles so Projekte, die noch brach liegen. Die wir so nebenbei machen. Ich muss echt mal gucken, dass ich Sachen schneller zu Ende bringe. Zack. Obwohl hier ist die Steigung nicht ganz so doll. Hier geht das mit dem Speed noch. Aber es kommt mir halt trotzdem schon wesentlich lang vor. Aber wir sind schneller als zu Fuß, von daher bin ich glücklich. Alles cool. Zack. Und hier noch drunter. Ja, hier sieht man ein bisschen scheiße, aber meine Güte. Ist halt nichts für die Kamera, ne? Soll ja auch nur funktionell sein. Wieso bin ich so langsam? Und Zack. Dann sind wir schon mal hier. Und weiter geht's. Ja. Hier haben wir auch schon die Beschleuniger drin. Und hier sieht man das gleich sehr, sehr deutlich. Wenn es bergauf geht. Gerade zu oben angekommen. Und wieder beschleunigt. Einwandfrei. Kann eigentlich so gut wie nichts passieren, ne? So. Und hier auf der Brücke schrägstrich Rampe. Whatever it is. Von der Seite sieht das Lager gar nicht so scheiße aus, muss ich sagen. Das geht eigentlich fast klar. Aber dieser Anbau, der hier jetzt noch ist, der macht das Ganze ein bisschen sehr, sehr wuchtig. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Ne, ne. Dreh mal nicht um. Komm. Weiter geht's. Da liegt auch noch Stuff auf dem Boden drum. Hier ist ein Müll in der Basis. Meine Fresse. Ist ja nicht zu ertragen. Wie langsam sind wir jetzt eigentlich? Hält's ja nicht aus. Komme ich hier überhaupt hoch? Lahmarschig, wie ich bin? Oh, gerade so, ne? Aber hier hinten haben wir ja immer von der anderen Richtung die Beschleuniger. Plopp, 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 plopp. Und dann geht's halt, ey. Wenn man ein paar hintereinander packt, mal wird echt ficke schnell. So. Dann müssen wir jetzt einmal nach oben. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, in welchen. Wir gucken mal, ob wir den richtigen gewählt haben. Aber ich glaube, nein. Wir haben beim eigenen halt, wir brauchen echt Schilder, ey. Ich weiß nicht, warum die es immer noch nicht hingekriegt haben, irgendwie Schilder mit reinzubringen. Ich meine, so was essentielles braucht jeder Idiot zum Bauen. Ne? Einfach, um irgendwie irgendwann einen Überblick zu behalten. Vor allem, wenn man diese Hyper-Tubes benutzen will. So, jetzt rennen wir aber nicht nochmal zurück. Jetzt gehen wir aber hier lang. Es war immer noch ein Umweg, aber erträglich. Wir mussten nicht ganz zu viel Latschen. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Hier habe ich mittlerweile so einen kleinen Kasten drüber gezogen, damit das nicht mehr ganz so hässlich ist. So, jetzt schmeißen wir hier erstmal die Festplatte rein. Zack. Dauert zehn Minuten. Kriegen wir die Folge noch fertig. Wie oft habe ich sowas schon gesagt? Dann Gummimplastik rein und gib ihm hart. Zack. Unlockt. Nochmal zwölf Minuten. Ja, das kriegen wir jetzt hier nicht alles unterwand. Oh, wir haben schon 91 Kupons, sehe ich gerade. Das ist ja irre. Nochmal so, nochmal so. Ich mach mal was, was hier rein kann. Ja, hier, die ganze Ausrüstung, die ich mitgebracht habe. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. Dann können die Motoren hier nämlich auch raus. Jetzt haben wir so besondere Katerium. Was soll das denn? Das ist ja affig. So, ist man hier immer wieder ein... Das kann auch alles raus. Und... Was haben wir hier? Sam, dass das hier nicht sein sollte. Und Mycelium. Das kann mit rüber. Das haben wir ja auch nicht so viel. Hier rein und... Wo war das Sam jetzt? Da. Da haben wir auch ein bisschen was zusammen, ne? So, den anderen einplünen. Schmeißen wir jetzt... Sagt, hier das mal. Schmeißen wir jetzt mal hier rein. Ja, das meiste kriegen wir unter... Eisenplatten haben wir eh nicht mehr da. Perfekt. Können wir gleich ein paar mitnehmen. Energiefragmente haben wir noch ein paar. Löppt. Löppt soweit. Okay. Wir müssen gleich trotzdem nochmal ins Lager. Entschuldigung. Ich gittigit. Ja, war wohl ein bisschen kalt im Wasser an der Ostsee. Meine Güte. Ich gittigit. So. Jetzt wollten wir Sachen holen. Ich hab das Gefühl, ich hab sabber im Bad. Wie ekelhaft ist das denn? So, diesmal haben wir aber auf jeden Fall den richtigen Weg. Plopp. Und kommen ins Lager. Und zack. Dann holen wir gleich noch ein paar schwere Eisenplatten. Die werden wir garantiert gleich brauchen. Ja, wir machen mal ein Dreiviertel Stack etwa. Dann, je nachdem was wir jetzt bauen, nur Stahlbeton. Auf jeden Fall noch. Und Eisenstangen muss ich gleich mal gucken. Ich glaub, die stehen jetzt noch an. Beziehungsweise Schrauben eigentlich. Produktion. Wir machen jetzt gleich eine Gießerei, wenn wir brauchen. Wir haben ein paar mehr brauchen auch. Das heißt, wir brauchen ein modulare Rahmen und ein paar Rotoren. Dann nehmen wir dann auch da nochmal ein paar mit. Modulare Rahmen müssten hier auch gleich rumliegen. Nehmen wir auch nochmal zweimal mit. Dann verleihen wir uns gleich ein bisschen Beton ein. Zack, zack. Eisenplatten auch nochmal. Und ich hab was in der Nase. Mal wieder. Igitt. Meine Güte. Ist ja ekelhaft. Dann schmeißen wir den Scheiß gleich raus hier. Und was brauchen wir noch? Ja, haben wir Rotoren. Dann machen wir den Stack auch noch voll. Zack. Dann haben wir Beton, wir haben Eisenplatten, wir haben Eisenstangen. Ein bisschen Stahl nehme ich glaube ich noch mit. Wir werden wieder relativ viele Fließbänder bauen müssen. So, den machen wir noch voll hier. Und dann gucken wir mal. Konstruktor, wir haben ja, vielleicht ein paar Kabel noch. Wenigstens den Stack voll machen. Intelligente Splitter haben wir genug. So sieht das doch gut aus. Ich glaube, damit können wir leben. Und vor allem arbeiten. Ne, ist ja am wichtigsten. Guti. Dann schießen wir doch glatt mal rüber. Ne, diesmal nehmen wir auch den richtigen Plopp. Dann kommen wir auch direkt zur Baustelle. Hier müssen wir auch Beschleuniger ran. Ganz dringend. Das geht ja so gar nicht. Kann ich hier eigentlich ganz gut drunter verstecken. Wäre vielleicht eine Idee. Jupp, weil wir haben jetzt ungefähr erst die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Da geht ja viel mehr, ne? So, und dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Wir springen mal gleich nach ganz oben am besten. Diese engen Treppenmäuse, ne? Ich werde, glaube ich, wieder mehr die großen bauen. Das wäre hier, glaube ich, aber auch einfach zu viel dran gewesen. Noch ein höher und so wie jetzt da. Ne, wir sind immer noch nicht da. Meine Fressen müssen wir weit hoch. Riesen-Scheiß-Gebäude. Genau, hier ist alles irgendwie zusammengeflossen. Da gucken wir doch mal, was hier jetzt zuletzt kam. Zack. Zack. Habe ja auch noch keine Wände hochgezogen. Das hat man hier gemacht. Machen wir Eisenstangen. Das waren dann entsprechend wahrscheinlich die da. Müssen wir alle fertig sein. Müssen wir Eisen... Ach nee, die Eisenplatten brauchten wir noch mehr. Oder hatten wir die hier drunter? Nee, die hatten wir hier drunter. Aber über die ganzen Folgen ist alles so weit auseinander. Ich verliere echt den Überblick. Weil das einfach alles so viel ist. Das war ein zu früh, aber wir kommen hier runter. Das ist gut. So. 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 Jetzt entschuldige ich mich. Ich bin gleich wieder da. Eine Minute. 37 Sekunden später. Und back in action. Das war ganz schön eklig. Ihr habt keine Vorstellung. So. Hier haben wir Eisenplatten. Hier haben wir auch recht viele Eisenplatten. Ich vermute mal, das sind 16. 9. Und 6 macht 15. 16. Okay. Dann waren wir da. Dann ist das fertig. Okay. Das heißt, hier kann jetzt eigentlich schon die 5 modularen Rahmen zusammenlaufen. Beziehungsweise erstmal die schweren Eisenplatten. Ja. Wir haben Eisenstangen, wir haben Eisenplatten. Ich weiß noch nicht, von wo die kommen. Ich müsste das jetzt eigentlich mal endlich alles verkabeln. So. Und wieso habe ich eigentlich nur hier oben den Weg und hier nicht? Will ich hier den Weg? Ich glaube, ich will hier den Weg. Ich habe da oben einen Weg, aber ich habe hier keinen Weg. Dass da die weiterverarbeitende Industrie kommt. Ja, könnte man so machen. So, ich habe echt keinen Überblick mehr, was von da kommt. Hier läuft ja irgendwie alles zusammen eigentlich. Theoretisch, Theopraktisch und hier hinten müssten ja irgendwie auch sollten zumindest 1, 2, 3 1, 2, 3 einmal wieder aufreißen. Hier sollte ja auch was ankommen. Warum kommt so nichts an? Zack. Ist das noch nicht verlegt? Ohne Herr Müller ist hier los. Wo läuft denn das? Es läuft nirgends wohin. Ist ja auch interessant. Da hat er noch gar nicht weitergebaut. Das ist ja ein Ding. Dann fangen wir damit mal an. Ich glaube, es sind auch nur die beiden. Näh. Kamer da angefangen, macht er Mist. Ist ja unglaublich. So. Und dann einmal so rum. Ne, wir müssen sogar noch weiter. Es ist ja hier oben so breit. Meine Güte. Will ich das hier oder da haben? Ich glaube, ich möchte das lieber da haben. So. Bis hier und Ne, das passt schon mal nicht. Meine Güte. Ich baue da erstmal die Wand hin und ich glaube, dann wird es leichter. Wände, Doppeltwand und komm her. Ach komm. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. So. Na komm. Machen wir wie ist es gerade. So. Dann ziehen wir das einfach einmal hier rüber. Gucken, dass wir gerade sind. Das müsste so aber stimmen. Zack. Das gleiche machen wir hier. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen weiter gehen müssen. Ach, wir können gar nicht weiter. Na ja Gott. Ist ja auch in Ordnung. So. Jetzt gehen wir nach hier und jetzt kriegen wir eine gerade Kurve hin. Sehr schön. So. Da kommt Zufluss. Das heißt, hier kommt auch noch was zusammen. Das können wir hier mitmachen. Zack. Zack. Das geht wahrscheinlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Dann machen wir das ein bisschen kürzer. Oder mache ich das mit dem Lift. Wir könnten das auch mit dem Lift machen, ne? Dass wir jetzt mal bis hier bauen und dann einfach hier in den Lift hinsetzen. ach, komm schon. Echt jetzt? Das Mühe fehlt? Na ja gut. Dann einmal rüber. Gucken wir, ob es gerade ist. Sehr schön. Läuft. Und ich glaube, das nehme ich dann weg. Das wäre ja ein bisschen affig. So. Dann kommen von hier auf jeden Fall. Ich sollte die langsam echt mal anschmeißen. Das ist ein riesen Problem tatsächlich. Dass man nur theoretisch die ganzen Bänder vor Augen hat. Also ist die Frage, bauen wir jetzt weiter oder kümmern wir uns um Rohstoffzufuhr? Ich halte das gerade tatsächlich für sinniger. Ich glaube, das würde wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Sinn ergeben. Ne, dann brauche ich nämlich noch fix ein paar Miner. Oh. Stinkeblumen. Da haben wir doch was gegen mittlerweile. Und schwupp. Halt mal schön die Fresse. Rabemmel. So wird es gemacht. Dann haben wir hier unsere Waffe und ich glaube, hier lag doch auch noch, ich hätte doch hier irgendwo sinnlos ein paar Miner hingekloppt. Da haben wir doch schon die ersten. Und ich glaube, da war auch Eisenball. Die schreddern hier jetzt die ganze Zeit. Oh, Dankeschön. Eisenstangen mitten im Weg. Super gut. Das ist einmal Eisen und nochmal zweimal Eisen. Oh. Wieso bist denn du hier wieder hergekommen? Wo einer ist, ist ein zweiter. Wie mir fast sehr. Das ist ein großer. Okay. Hier haben wir zwei Eisen vorkommen. So wie ich das sehe. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Die werden jetzt erstmal stillgelegt. Warum eigentlich? Das sind Einser, glaube ich, noch. Ja, die werden tatsächlich stillgelegt. Daraus können wir einen richtigen machen. Ja gut, das kann ja erstmal noch reinlaufen. Und wir haben hier sogar eine Ausrüstungswerkstatt. Perfekt. Also manchmal läuft es. Haben wir nur Platz um zwei Miner? Ja, haben wir Stahlbeton da? Nee, dann machen wir erstmal Stahlbeton. Da brauchen wir was anderes Ding für. Produktion, Werkbank, knallen wir uns hier einmal in die Wallachai und machen einmal fix ein bisschen Stahlbeton fertig. Ich glaube 20 brauchen wir oder so. Das ist ja am Ende nicht die Welt. Und dann müssen wir tatsächlich gleich mal gucken. Hallo Hund, schön, dass du wieder da bist und mir jetzt auf die Nerven gehst. Und dann müssen wir aber erstmal Fundament hier rüber ziehen. Weil so einfach in die Wallachai hauen will ich die jetzt eigentlich nicht mehr. Dafür haben wir uns hier schon zu weit vorgearbeitet. So, dann kommst du wieder weg und dich brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht mehr. Das hier hat sich auch erledigt. Du kannst weg, du kannst weg und du kannst dann auch weg. Und dann machen wir noch das hier. Perfekt. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit den Fundamenten lösen. Strom haben wir schon hier. Das ist optimal. Und hier nehmen wir vielleicht, ja, da müssen wir gucken, hier muss ja auch die Zufuhr dann noch kommen. Aber gut, da haben wir, ah, das wird aber ganz schön eng. Da schallt doch das Gras durch, oder was? Ja, das funktioniert nicht. Das geht so nicht. Das heißt, wir machen gleich Nägel mit Köpfen hier, ne? Ganz oder gar nicht? Wieso willst du da jetzt nicht, ach so, einfach nur falsch holen. So, haben wir da drunter nämlich angenehm viel Platz und können dann nachher das Gebinde weiter drunter legen. Okay, das ist schon wieder zu flach. Wir gehen am besten aber erst mal hier hoch damit wir das alles einfach erst mal ein bisschen eingrenzen. Wir müssen auch gar nicht so breit, so reicht glaube ich. So, nehmen wir nochmal eine zweite damit passt und dann ist das doch soweit erstmal ganz schick. In dem ja gut, das muss weg. Das ist selbst mir zu viel scheiß dann ich glaube momentan ist aber schon wieder voll. Doch nicht. Sehr schön, er nimmt alles weg. Na komm, Kiddy. So wird den ganzen Scheiße schon mal los. Hier machen wir das Gleiche. Unsere Welt hat keinen Platz mehr für Grünzeug rund. Sucht dir einen Platz aus und bleibt bitte da. So. Und dann kommt hier gleich der erste Meiner drauf. Ja, wir richten die nach da aus. Das ist glaube ich ganz okay. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch hinkriegen. Meiner Mann. Echt jetzt? Mir fehlen Stahlrohre. Ach, komm schon. Kettensägel. Gehen wir nicht auf Ketten. Gut, dann holen wir halt auch noch Stahlrohre und ein paar Himbeeren. Ah, Himbeeren. Danke. Ein kleiner Gekko. Haben wir noch Meereisen? Hier ist glaube ich nur diese blöde Sphäre. Schade. So, dann können wir gleich den Weg nehmen. Wofür haben wir den Scheiß gebaut? Wir müssen es nicht nutzen. Also diese Stahlrohre Dinge vergesse ich tatsächlich in aller Regelmäßigkeit. Es ist ja fast ein bisschen nervig. Und zwingt mich dazu hier einfach nochmal durch die Gegend zu eiern. Alles ist grün. Sehr schön. Und wieder Material zu holen. Ich meine es gibt ja kaum was langweiligeres als das. Plopp. Und auf geht's zu den Starrohren. haben wir sie. Ja immerhin einen Stack können wir mitnehmen. Ich fehle jetzt nicht. Ein Stack ist mir eigentlich auch zu blöd. Schredder. Komm her. So. Lött. Können noch nicht der Hochkletter. Arsch ey. Mach doch einmal was ich will. So. Soweit sind wir und ich sollte dann echt mal Fahrzeuge erforschen. Dass ich mal mit Fahrzeug durch die Gegend eiern kann. War es jetzt der? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß das doch alles nicht. Nö das war der falsche. Sind 10 Minuten schon rum? Ja. Das ist ganz gut. Dann können wir gucken . Welchen Meilenstein wir nehmen. Und ich glaube die Festplatte ist dann auch durch. Zack. Gucken wir mal. Ja. Der Beton ist tatsächlich interessant. Billige Kieselsäure ist mir lax. Alternative Rotoren ich nee eher nicht. glaube ich mache tatsächlich das. Das ist einmal Abfall Kieselsäure Abfall abgeleitet von Quarz. Irgendet können wir da richtig raus pumpen. Ich meine wir haben nicht viel Quarz aber vergünstigen wir das. Ist ja auch interessant wie sich das ergänzt. Ich hätte gern beide. Das wäre optimal. Aber das pumpt halt hier ordentlich Beton raus. Und dann spart man sich eine ganze Menge Kalkstein und eine ganze Menge Maschinen die man im Baum muss. So haben wir noch eine Platte dabei. Ich glaube wir sind jetzt alle los. Ja. Wir sind alle los. Wir hätten gleich Stahlbeton mitnehmen können wir Idioten. Also ich Idiot vor allem. So und dann gucken wir mal Fahrzeugtransport. Fangen wir damit eigentlich mal an. Ich glaube der Rest kommt in der Mäben. Weil ansonsten habe ich hier sowas noch nicht wieder gesehen. Oh hier das bauen wir auch noch. Jetpack das wäre also mehr Inventarplätze und Jetpack wäre beides ganz schön cool. Was brauche ich für die Computer? Ich glaube die zehn Platinen habe ich sogar da. Hm. Und die Monorail die haben wir auch noch vor uns. Aber da brauchen wir jetzt mal die schweren modularen Rahmen. Bevor wir das angehen. Und den Treibstoff hätte ich tatsächlich am liebsten. Scanner Aktualisierung Kraterium Erz. Da wäre der erst gekommen. Krass. Dass man es automatisch kriegt. Was wir mit dem Ressourcen Scanner haben ja nicht mal gebaut. Förderband mag viel. Das wäre eigentlich auch wichtig. Das ist das was ich noch am ehesten mit brauche. ich glaube ich mache jetzt einfach damit ich es durch habe erstmal den Kram. Dann holen wir halt noch mal paar Ressourcen. Weil dass wir langsamer ein bisschen Progress reinkriegen. haben wir keine Eisenstangen mehr. Hier haben wir auch keine mehr. Gut. Wo wir halt noch mal Eisenstangen. Was soll der Geiz? Plopp. Das geht ja dank der Verbindung hier recht zügig. Ich wollte vorne eigentlich sowieso Eisenstangen mitnehmen. Warum habe ich das nicht getan? Oh und warum habe ich so wenig Eisenstangen? Das ist ja erstmal uncool. Eisenplatten können wir auch voll machen. Stahlbeton machen wir gleich voll. Hier hinten. Wir hätten uns das vorhin auch sparen können. Und ansonsten habe ich erstmal alles da. Da da da. Fahrzeuge und ich glaube da können wir in der MAM sogar noch weiter forschen gleich und kriegen dann auch den Explorer und so und können hier ein bisschen gezielt durch die Map heizen mal ein bisschen Factory Cup Feeling Ah ja falls ihr das gesehen habt ich habe diese hässlichen Generatoren abgerissen hier muss ich hin abgerissen weil ich dachte die brauchen wir eh nicht mehr sind voll für den Arsch Fahrzeugtransport Langstreckentransporter sowie der Bau von Außenposten werden nun gefördert Fahrzeugsstationen verfügen über integrierte Funktionen zum auftanken und wieder aufführen oder sammeln von Teilen jetzt gibt es hier was nein kann man nichts zu forschen das ja doof wo kriegt die denn her das bauen wir auch noch schwere modular rahmen ich sag es euch die brauchen wir dringend Quarz Oszillator zu teuer haben Quarz scheiß hier wahrscheinlich nicht genug aber hier die beiden meiner können wir mitnehmen das passt ja ganz gut so und dann ne da kommen wir nicht zur Baustelle wir müssen hier lang wir müssen hier dann hier muss ich mir das auch irgendwie mal markieren ich sehe mich da schon irgendwann mal irgendwie runter stürzen das wäre so typisch ich das kann ich richtig gut die Zeit sagt wir näher uns tatsächlich schon dem Ende meine Fresse ging schnell oder der Frachter kommt rund drei Minuten wieder das ist ja bannig schnell so dann müssen wir gleich mal gucken wie viel Ressourcen wir hier tatsächlich rauskriegen so ich gehe am Stock wenn das jetzt hier wieder nicht klappt äh meiner mark 2 ja jetzt haben wir alles da sehr schön wieso geht das gerade und geht jetzt nicht mehr erzähl mir das mal danke so das müsste gerade sein ist das gerade so gerade wie man meine hinstellen kann so nehmen wir hier einmal gleich rüber so auch Eisen oder so na komm her den werden wir hier noch ein paar Batterien wahrscheinlich rein kloppen müssen denn ansonsten könnte das bisschen eng werden zack gleich den nächsten so haben wir Batterien dabei nö macht aber nichts wir kommen nachher auf 250 dann haben wir hier 200 200 noch was reicht nicht dies reicht ja nicht wobei ich den so aber vor allem müssen wir das gleich irgendwie hier ein bisschen unter die Erde bringen und nach hier rüber schaffen dafür gucken wir einmal hier muss ja auch ein meiner rauf denn das wollen wir gleich mit verarbeiten hier und eigentlich könnten wir das auch gleich hier drunter machen wie machen das machen das gleich hier drunter lang eigentlich sind ich ne machen hier nämlich glas fundamente zack 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 müssen wir gucken wie lang wir das machen und dann können wir nämlich den meiner so rum hier lang stellen dass er das hier raushaut ja ist ja wie gewollt meine fresse super gut so fangen wir mal den hier an die müssen das nachher bis hier führen zack 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 da unten auch nochmal so ein Tor hin ist aber knapp über dem Boden das ist ja fast ein bisschen unschön dann kriegst da irgendwie hin ne das muss alles nochmal ein bisschen runter hier komm setz mal da hin nur das ist ja okay zack so will ich die herbe nicht drin haben man sieht das immer so scheiße es nervt ich will die nicht so ich will die mit der genau so wie ich die habe bei der nächsten ist dann wieder anders steck's nicht drin in dem scheiß hier so legen jetzt fleißig die fundamente noch mit hin wo komme ich runter hier komme ich runter da wird es schon schwierig ja fundamente sind schon richtig und dann brauchen wir die flachen einmal ein höher und dann geht das auch schon wieder das ist auch minimale Höhe die wir zur Verfügung haben irgendwie meine fresse kotz grenze wir können nicht weiter runter hilft alles nix das ginge erst hier wieder das machen wir auch ne das machen wir nicht wir lassen das so weiter laufen so dann kommt von hier nachher der Kram dann müsste ich es eigentlich hier drunter laufen lassen wenn das nicht auch zu eng werden würde wir nehmen das mal weg und setzen hier mal so eine ran wenn wir ein bisschen Luft haben dann passt das irgendwie passt das irgendwie ich weiß es auch nicht schöner wäre natürlich hier gerade durch aber da ist zu viel schnick schnack wie machen das also da kommt erstmal auf jeden fall super gut so ein Türchen geht auch nicht shit piss fuck ey das ist ja richtiger Mist aber ich glaube das jetzt passiert trotzdem durch ohne dass es scheiße aussieht das müsste trotzdem gehen noch mal weg hier so alles nochmal weg reißen damit wir auch nachher lang bauen können zack machen wir das hier alles offen können hier erstmal weiter bauen wie ich das hasse diese blöde mittlere metall strebe dass die nicht macht wie ich will nervt mich maßlos jetzt sollst ich hab doch grad am mausrad gedreht jetzt komm doch mal klar hier so ist hier schon wieder falsch man so geht doch so und dann müssten wir von da nach da von da nach da hier müssen sogar ein Stückchen weiter jetzt bist du echt am weg hier komm mal klar so hier müssen wir rum man sieht auch formidabel beschissen ey passt das passt das passt das nobody knows wir werden sehen so hier einmal so weit nach hinten ach nee erstmal bis hier an hügel na das ist aber mitte das soll ja nicht mitte sein was ist das für eine mitte bist nicht in der mitte so was das für eine leitlinie wo führt sie hin okay das ist mitte das heißt du stehst ein Stückchen zu weit hier das mit dem ganzen gras macht es auch gerade nicht leicht weg sonst sehe ich dich nicht richtig warum mache ich mir das eigentlich so schwer ich könnte das einfach hier überirdisch bauen dann sag mal so dann wäre die Sache auch schön aber nein Herr Müller muss ja irgendwie alles mehr ein bisschen anders haben so das ist ja die Lösung irgendwie weiß ich auch nicht gerade aber gut ich glaube das passt so jetzt können wir gleich einmal gucken ob das mit denen hier passt das ist aber äußerste Kotzgrenze nee das gefällt mir dann nicht dann machen wir lieber so und so und das geht natürlich nicht wer hätte das nur gedacht dass das nicht so passt wie ich das gerne hätte macht aber gar nichts weil den Teil sieht man nachher glaube ich sowieso nicht ist das auch wurscht zack ehrlich jetzt dein verfickter ernst zack zack und jetzt geht's so das andere Ding noch rüber zack alles hier können wir wieder irgendwie reinrutschen ja das haben wir auch hingekriegt sehr schön so der ist wenigstens gleich irgendwie kommt mir das alles krumm vor hier aber okay wir nehmen das hin mit stoischer Ruhe würde ich es fast nennen so und dann auch bis hier wie das andere den Lift hoch und ab nach da wieso ist hier nichts drauf aber gut da passt das so hin sehr schön jetzt steht hier auf jeden Fall schon mal die Zufuhr können wir hier dicht machen wir sind bis hier ran und das ganze machen wir hier hinten auch noch und setzen ein paar Wände vor und dann sieht das auch gar nicht mehr so schlimm aus so 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 und wand 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 so passt Zufuhr Seite 1 sehr schön und wand ran passt das geht gar nicht oder das geht so überhaupt gar nicht das machen wir hier und das hier und dann gehen wir hier rum so hilft ja alles nichts was kränkele ich denn hier zu rum ey was ist das für Bullshit und da müssen wir rüber zack wir noch Grünzeug weg sammeln und dann kriegen wir das schon Eisbügel hin das wird ja immer beschissener unglaublich das weg und so das ist schon alles ordentlich suboptimal dann können wir bis hier gehen da können wir eh keine oh Gott wie wenig Platz ist denn hier also da hätten wir dann genug ich glaube wir nehmen die Rampe ein vor aber das geht ja so gar nicht jetzt ist der wie der Fallschrump sag mal das passt dann machen wir einfach bis hier reißen den scheiß weg und jetzt sind ja einmal noch den drauf und dann kommt einfach es sind mittlerweile so ficke viele Rampen da kriegst ne Macke Seesips kommen auch durch so dann kann die nämlich weg da können wir die hier nehmen da ist ja jetzt genug luft und gehen hier lang weit rumpelpumpel ja das könnt ihr gut vorsicht aufnahme ich den gerade den sprung gemacht egal auf dem tisch glaube ich so ich glaube das geht und dann setzen wir hier oben einfach drüber und sind dann schon mal bis hier da wird doch ein Schwule raus zack und na komm hier durch und von da oben wollten wir es ja schon holen wir könnten hier jetzt eigentlich auch so ein Umspann Gebäude hin bauen das das nachher mit dem Förderlift macht muss ich hier kein Band drauf und runter ziehen weil das wird wie viel Luft haben wir hier gar nicht mal so viel ich glaube ich setze einfach so ein Gebäude drauf das mache ich hier neben einfach wir nehmen einfach hier die Wände schon 1000 Mal jetzt gemacht dass hier der Zustrom kommt ich will hier platte will achso das ist ein Fundament ups falsches Fundament ich will ich brauche gar nicht hier rein ich habe die doch hier so machen wir nämlich einfach 1 2 3 wir reißen die 3 hier nochmal weg sitzen die hier rüber passt das noch mit dem Rasen nein hier wird eng ok das Ding da haben wir ja noch ein wenig luft bis da können wir nicht hoch wir können nur die hier nehmen es ist so kreuz grenze ekelhaft ekelhaft ich glaube ich setze hier einfach rein wegen der optik dann einmal die hin der Stein ist hier gar nicht im Weg so und dann setzen wir nämlich einfach die wände hier weiter die sind so 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 wieder weg noch auf der anderen seite halb die klappe hier so ne du nicht du darfst reden was schocki lost oh nein ich guck gleich ich muss nur einmal fix fertig aufnehmen so und du hierhin du hierhin jetzt ziehen wir einfach mal weiter rüber bis hier und dicht machen wir einfach erstmal bis ganz unten runter wie wir das nachher schick machen wir so mal schauen so 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 und dann ist das doch schon fast dicht so können wir eigentlich auch schon die förderbänder von hier hinten holen so ich habe übrigens viel weniger Geduld wenn ihr mir dabei zuguckt ist mir mal gerade so aufgefallen so 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 das passt doch alles gerade so hierhin ist ja schon unglaublich so bis hier oh gott oh gott ist das alles eng bis hier und dann sind wir auch schon bei unserem Fördergebäude wir setzen das mal noch hier hin oh bitte ey komm ran auf den Meter so und ab hier sieht es eh keiner mehr oh das aber derbe kotz grenze so und jetzt das andere was machst du denn schon wieder hier du fettes gehopse ey hau ab stehst mir im bild nein nicht du das würde ich nie zu dir sagen dafür habe ich viel zu viel angst vor dir naja und angst blanke kreatürliche angst siehst so dann das dann so vielleicht noch ein zweites mal gemacht so man sieht so super hier oben echt unglaublich so bis hier bis hier und what the fuck ey was ist das für ein scheiß stein ich glaube hier setze ich vorher schon mal einen lift und dann passt das das haben wir wunderbar versteckt hier eigentlich echt jetzt es geht mit der beton aus kurz vor ende das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen hier oben kann eh weg das kommt weg das kommt auch weg und dann haben wir wieder so ressourcen in anfangs strichen umspannen super gut dann müssen wir das hier noch zusammenbringen nachher und dann läuft das doch schon herrlich haben wir den ersten ressourcen zugang zu dem ganzen da müssen wir natürlich noch alles dicht machen ganz klar aber dann löptert hier ne mit übertaktung haben wir schon mal anderthalb bänder ich muss irgendwo nochmal oh den holen wir nochmal fix auf dem mütz nochmal einmal eisen hier kriegen klappe halten tot umfallen so löptert hier guck mal gerade ich meine hier ist auf jeden fall noch eisen jetzt in ne ja plömm hätte das gedacht dass da eisen ist danke die kenne ich alle schon da da fördere ich schon und das ist das katerium ne also ich sehe das jetzt erstmal als abgeschlossen ab beziehungsweise wird es oh das war knapp was fördere ich hier ist das kohle ich glaube das war kohle ja so ein einzelnes vorkommen ok aber ich meine hier hinten war doch auch eisen oder was kann mir doch keiner erzählen nach mein ping vom eisen ist da irgendwo 2000 m weg angekommen oder was das fehlt noch was hier da hinten die nehme ich da auch nicht komplett ab oder was so ich will jetzt nicht nochmal beton holen ich habe keine lust das zieht die folge nochmal so das ist doch doof aber ich komme hier auch nicht weiter ohne beton wie asig ist das denn das war schon mal wieder doof so bis ich her komme und dann rum na na jetzt aber komm so gehen wir bis hier hinten und dann ab unter die Erde bin ich jetzt schon instant unzufrieden mit weil ich hier überhaupt nicht mehr lang laufen kann das heißt wir fangen auch direkt so an also kommt man vorwärts ohne beton fällt mir gerade mal auf wie gut ist das denn hier ein hier ein wo muss ich mir reicht ja einer aber ich muss hier gar nicht nebeneinander bauen ich kann hier so lang machen ich bin so kluk kann ich oder kann ich nicht ich kann nur so halb wenn man es mal genau nimmt naja wieder kein beton wer da schon verstanden spiel nee ich muss ich glaube ich muss zwei nebeneinander machen weil ansonsten ist das ja wieder im weg gut machen wir zwei nebeneinander so wo bekomme ich denn jetzt fix nochmal beton her meine fresse ich will das jetzt hier nicht so unfertig stehen lassen das nervt mich sonst das ist so unvollständig das muss doch nicht sein was haben wir hier hier haben wir nochmal einfach nur Kalk rumliegen ok gut ich hole beton ich glaube hier habe ich glaube ich habe noch was im lager oder nicht oh plopp hier liegt doch garantiert noch was in diesem vorlager drin ich wollte ja zügig vorankommen nein natürlich nicht mehr aber die eisenstangen hätten hier gelegen und meine ach komm läpp mich doch alle gehe ich halt ins nebenlager wir sind jetzt schon bei 40 minuten ich glaube wir haben schon wieder massiv überzogen aber das kommt jetzt fertig kommen was wolle sonst wird hier nie was so der haben beton so eisenplatten haben wir genug wie viel stahl nehmen wir zu sicher auch mal mit und guck mal hier stahlrohre perfekt können wir auch gleich eins sagen hä also wo ist denn da so und jetzt wird es auch fertig können wir da gerne ein paar Fundamente daneben legen damit es nicht so verloren aussieht und dann ist das doch schicki hier muss ich mir echt noch was überlegen ich bin nicht gänzlich zufrieden mit diesem gebäude es ist irgendwo zwischen nerven und cool finden wieso ist denn da noch eine säule drauf eine einzelne ich werde mir was bei gedacht haben das auch fällt mir immer wieder auf desto größer das gebäude wird desto schlechter kann man das aus der nähe optisch einschätzen Autosafing oh haben wir jetzt wohl die Stunde durch schauen wir in der Kiek dann habe ich wohl doch noch ein bisschen Luft oh hier ist das Band schief sehe ich gerade shit das fuck das heißt du musst noch mal weg ne nicht du und du und dann hier rum ach komm nervt mich doch nicht so und dann muss es gerade sein das läuft gerade das läuft gerade aber ich glaube nicht zentral oder ne nicht zentral egal das ist zu verkraften möchte ich einfach mal behaupten so dann kommst du weg und wie mache ich denn das mit dem anderen das passt hier so scheiße ach ich mache die doch übereinander ich mache das einfach das wird wohl nichts werden ne das heißt da kommt eins hin das so verläuft das kommt dann nachher von da und trotzdem muss hier aber noch einer rauf und hier muss na wie assi ist das denn das heißt das muss eigentlich so damit ich dann hier ich will das sauberer rum haben das ist doch ganz ätzend obwohl hier brauche ich eigentlich gar keinen mehr das können wir hier ansetzen so so du gehst da in einem fluss ran du gehst nach da das ist auch alles gerade sehr schön so und denn passt das hier überall noch ein bisschen mit Dongenflanschen das einzelne Bäumchen das wir einfach mal bestehen ne wir sind ja also Naturfreunde möchte ich fast sagen hey was ist denn hier passiert du auch hey wir hatten das gar nicht gesnappt so und jetzt führen wir dich hier auch gleich hoch führen wir das gleich wieder so ich weiß nicht warum irgendjemand anders bauen sollte und dann alle zwei ist ein bisschen viel das gut ne alle drei reicht glaube ich auch so passt ne ich lass es auf der Übel das reicht völlig so und dann müssen wir mal gucken so und ne nee da jetzt zwei schickt er das ja gleich hoch das ist ja auch scheiße ne müssen wir doch einen wieder gut ist das halt so der Lift hat es gefordert geniegend das geht gar nicht so 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 klar das geht auch nicht zack noch ein weiter nach hinten sind wir jetzt sauber immer noch nicht was ist denn hier los wir müssen hier empfangen sieht man mal wie lange ich keine Fließbände mehr gebaut habe ne also keine die unbedingt jetzt gerade laufen sollen so ist okay so dann gehen wir da und laufen dann hier drunter so klappt kriegt ihr noch Strömung ihr könnt ja schon mal alles auffüllen was da so ist ne dann haben wir hier hinten schon mal den ersten das erste Eisen das wir vernünftig verarbeiten können dann beziehungsweise schon mal einen Vorhalter haben so hier wollte ich tatsächlich so ran den Felsen würde ich ganz gerne halten und dann erst da oben drauf wieder bauen na komm sitzt da genau so will ich das haben so 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 und das macht er natürlich wieder nicht dann mache ich halt so ich lasse mich ja hier nicht irritieren ne so hier nehmen wir dicht so zack 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 und eigentlich müsste ich hier nochmal umbauen oder ich muss ja das hier auch noch reinkriegen das wäre ja nur sinnvoll wenn ich das hier gleich reinschippe scheiße aber wieder mal ein Problem für Zukunfts Markus da 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 ey so nicht oder schippe ich das hier hinten rein man weiß es nicht man weiß es nicht nicht genug Freiraum wie ist das hier das muss doch eigentlich gehen vielleicht dann ist doch für einen Miner oder nicht ja benötigt einen Miner Mark 1 aber ja es snapped da ein aber warum kann ich da nicht drüber bauen mit allen anderen Kontis und jetzt auch einmal nicht mehr oder was was ist das für ein Scheiß das geht auch nicht hä aha warte mal ich glaube das ist der hier ja der ist das Problem ok Grund gefunden alles klar weswegen das nicht klappen wollte dann setzen wir den Miner hier und mich auch gleich hin wenn wir eh schon mal bei sind klopp 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 oh die beschützendste Aufgabe im ganzen Spiel einfach nur diese Dinger weghauen warum kann man die nicht einfach sprengen es wäre so viel einfacher wie ist hier noch was ja hier ist tatsächlich nochmal so ein Ding oder na komm zerberste hoffentlich aber ich glaube es tut mir nicht den gefallen ich glaube ich klopp hier gerade sinnlos auf dem Boden rum ja Bauch 110 oder so ja sehr schön und ah wie geleckt hier ist echt noch mehr Gravel ist mir jetzt egal dies ist mir jetzt egal hier sind die Bäumchen immer weg zack hat sich das auch erledigt und wenn wir schon dabei sind könnt ihr auch gleich alle wegkriegen und da sind noch mehr Bäumchen und ihr seid leider Gottes auf dem Weg so na und das werde ich beim nächsten Mal schon wieder abreißen gleich drauf geschissen so und dann sieht das doch schon mal fast aus wie gewollt und jetzt geht uns eh der Beton raus so ausrüstungswerkstatt fix 2 Minerbau jetzt geht mir die Kettensäge wieder auf tötet zack dann haben wir den hier nämlich auch gleich stehen jetzt müssen wir nur gucken wie wir das hier drunter kriegen wie machen wir denn das am dümmsten eigentlich auch mit so einem Häuschen das wäre schon KLUK oder mach halt die Fresse jetzt oder machen wir einfach so einen Anbau ran ich glaube das machen wir oder also ich will halt ne wir machen ja einfach auch so einen äh Wände wir machen einfach mit denen hier das zack machen wir ganz klein und süß da ist ja jetzt auch nicht viel bei so so nein die Platte oben drauf wenn auch ganz gut so dann kann die nämlich weg dann kann das von da hier hin laufen setzen hier nochmal ne Eisenplatte drunter und dann müssen wir muss der Zukunfts-Markus das hier alles nochmal verschieben naja das ist halt so das lässt sich ja nun mal nicht ändern ja ab hier vorne muss das ja schon jetzt ne Scheiß ich muss auch hier ran jetzt man das geht's gar nicht das muss weg das muss weg das muss alles weg hier Scheiße noch eins ne das muss jetzt fertig ne ich hab kein Bock den Scheiß hier unabgeschlossen zu lassen das ist mir zu blöd nochmal auf bis nach hinten sonst krieg ich ne Macke und schlaf die ganze Nacht nicht toll ich hab ganz Scheiß Eisen wieder in der Hand aber gut ist halt so das ist schon zu weit hier so dann da sehr steil um die Kurve du gehst bis hier Fragezeichen ja entschuldigt oh witzend wir müssen gucken dass wir das hier irgendwie runter kriegen so so und oh Gott oh Gott und tatsächlich so leck mich fett das passt das ist ja also dass ich das noch erleben darf wir gucken mal Bostis ich bin mir grad nicht so hier ich glaube es ist das ist eins so weit drüben das ist eins so weit drüben ne schade oh was für ein ekelhaftes Gefrickel so dann von na snap snap na komm und jetzt snap da an danke so Nummer 1 ich wollte gerade sagen was ist jetzt dein Problem bitte Nummer oh man sieht es nicht aber gut ich halte allen mal zugute das war nie so gedacht von irgendeinem der Entwickler würde ich aber behaupten so und jetzt müsste es nein der hier ist jetzt echt eins zu weit vorne weg damit scheiße anders geht es ja ganz offensichtlich nicht so und du bist so weit hier so stimmt es jetzt jetzt stimmt es sehr schön hier nochmal drunter gucken wie weit wir können na da solltest du nicht reinrutschen kommen ach komm das ging doch vorhin so schön dass wir da rein gerutscht sind jetzt so jetzt gucken dass wir es irgendwie gerade hier rüber kriegen eins zwei na und drei dann das ganze nach hier nach hier und nach hier und jetzt müsst ihr auch noch umgelegt werden okay was los suchst du immer noch Schokolade pff die ewig währende Suche ich äh geh dir gleich zur Hand ne eigentlich auf dem Tisch so wie ich sagte oder meinst du dich jetzt hier die scheiße ich hab dir ja vorne aus der Reisetasche rausgeholt mhm mhm äh eins zu weit da kommen wir sonst nicht rum so und jetzt müsst ihr hinkommen und ich hab auch manchmal ein knick in den Augenblick ne schon unglaublich ne das glaub ich weniger das ist einfach so ich guck geknickt nennen wir es so so und das passt ne so ne Brille brauche ich garantiert nicht so der nach hier der muss nach ganz oben besonders kann ja ruhig alles eine Länge hier sein rumgedreht den Schnuddel genauso wie aah das ist ja immer nah beieinander aber okay das passt alles ist alles so dass es okay ist so dann können wir das letzte nachher nach da ganz oben liegen so wir haben es geschafft wer hätte das gedacht oh 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 dann können wir hier dicht machen dicht machen dicht 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 alles zu hier zu da rolle ich lustig durch die Gegend und dann ist diese Folge jetzt doch tatsächlich am Ende doch noch komplett geschafft und hier liegt schon überall Eisen an ach seht ihr hier wäre ich das sogar los äh Eisenbarren und wenn ich den ganzen Scheiß schon aufgenommen habe kann ich doch gleich befüllen Eisenbarren jetzt fange ich mit dem nächsten Scheiß an ich sollte da direkt wieder aufhören mit ne und wie äh angekündigt werde ich das hier irgendwann mal verkabeln damit die Position schon mal vorlaufen kann denn da muss eine ganze Menge volllaufen bevor wir überhaupt irgendwas anfangen können guti ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht äh es war eine etwas konfuse Folge habe ich das Gefühl aber es ging heute auch alles einfach ein bisschen schnell ne ich bin quasi nach Hause gekommen Kind ins Bett und dann äh saß ich auch schon fast am PC weil ich wollte die Folge noch aufnehmen weil morgen ist nämlich wieder grounded dran mit äh hoffentlich dem No Budget Nerd und dem Schabernack und da habe ich schon richtig Bock drauf und da die Folge ja die hier am Samstag kommen soll hat die eigentlich Priorität aber es ist mit drei Leuten einfach schwer sich zu verabreden also musste ich meinen Aufnahmeplan ein bisschen umstellen aber das wird schon aber nichtsdestotrotz ich danke euch wie immer fürs Zugucken hoffe ihr hattet Spaß äh ja guckt auch mal bei Grounded rein es lohnt sich auf jeden Fall das ist gut die letzte Folge weil jetzt sind wir nicht so viel weiter gekommen sag ich einfach mal aber trotzdem sind die Folgen echt witzig wir lernen das Spiel halt noch und das ist manchmal einfach äh aus der Situation heraus komisch und ja was soll ich sagen bis zum nächsten Mal vielen lieben Dank lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da und reingehauen euer Ragnar Bertoltzern das ist ja das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020